Grundeinkommen muss sein, verdingungslos und freie. Grundeinkommen muss sein, dass in jedem Falle, ja ich sehe es ein. Grundeinkommen muss sein, ja ich sehe es ein. Grundeinkommen muss sein. Und was ihr jetzt hört, ist ein kleines Lexikon fürs Grundeinkommen, nämlich, für wen das alles sein könnte. An Arbeit fehlt es heute, nicht hier lieben Leute, viel Arbeit im Sozialen, doch wer soll das bezahlen? Und nochmal, wo fehlt es alles, bitteschön? Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, Bildungsstätten. Doch wer soll das bezahlen? Niemand ist arbeitslos, was fehlt, das ist das Muss. Niemand ist arbeitslos, was fehlt, das ist das Muss. Und darum, darum, darum fehlt und Einkommen muss sein. Grundeinkommen muss sein, verdingungslos und freie. Grundeinkommen muss sein, dass in jedem Falle, ja ich sehe es ein. Grundeinkommen muss sein, ja ich sehe es ein. Grundeinkommen muss sein.